Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über höchste Ehren für Amazon, üble Prognosen zweier E-Autobauer und einen tollen Ticketing-Auftrag. Im Thema des Tages geht es um die wichtigste Aktie der Welt und in der Tüppel-E-Idee präsentieren wir euch die Liste der potenziellen KI-Disruptionsopfer. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 22. Februar. Wir wünschen euch einen fulminanten Start in den Tag und die Aussichten darauf, dass er wirklich fulminant wird, sind ziemlich gut bei den Wahnsinnszahlen, die Nvidia heute Nacht veröffentlicht hat. Aber dazu gibt es gleich noch viel mehr im Thema des Tages. Fulminant? Kannst du es mal ein bisschen fulminanter hier ansagen? Fulminanten Start in den Tag. Ich bin aber hier für das Protokoll zuständig und für die Index-Schlussstände. Und die könnte ich so ansagen, wie du es hier gerade angesagt hast. Ja, mach mal. Der S&P legte 0,1% zu. Der Nasdaq gab dagegen 0,3% nach. Der DAX plus 0,3% auf 17.118 Punkte. Das war fast ein Rekordstand. Alle warteten quasi nur auf die nachbösen Nvidia-Zahlen. Und zu Recht, wie wir jetzt wissen. Genau. Bevor wir aber dazu kommen, denn bei einzelnen Titeln gab es durchaus bemerkenswerte Bewegungen. Für zwei deutsche Aktien ging es nämlich beispielsweise deutlich nach unten, weil nämlich ihre amerikanischen Konkurrenten ziemlich enttäuschende Zahlen und schwache Prognosen ablieferten. Die Aktie von Siemens Healthineers, die verlor 3%. Und ja, weil der US-Wettbewerber Teladoc Health, heißen die, die haben einen schwächeren Ausblick für ihre Umsätze gegeben. Und das lässt halt alles, beziehungsweise die Analysten sehen, da halt wirklich eine geringere Investitionsfreude auf Kundenseite. Und Teladoc selbst, die verloren nämlich fast 24%. Und ein ähnliches Bild gab es bei SMA Solar. Die Aktie litt unter den extrem schwachen Zahlen von US-Konkurrenz SolarEdge. Bei denen nämlich brach der Umsatz im vierten Quartal um 56% ein. Und in der Prognose für das laufende Quartal rechnet SolarEdge mit rund 80% weniger Umsatz. Und das SolarEdge-Papier gab um 10% nach. SMA Solar verloren um 7%. Dann ein Wort noch zum Handelsgiganten Amazon. Der erlangt jetzt nämlich die höchsten Index. Die Aktie wird zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average, so heißt der ja komplett, der legendäre Dow Jones Index, aufgenommen. Weichen muss dafür das Papier der Drogerie- und Apothekenkette Wargreens, die erst vor einigen Jahren aufgenommen wurden in den weltweit bekanntesten Aktienindex. Ja, Auslöser war ein Aktiensplit wiederum beim Supermarktgiganten Walmart. Der Dow Jones ist ja nicht nach Börsenwert, sondern nach Aktienpreis, also wirklich den reinen Aktienpreis, gewichtet. Und mit dem Walmart-Split im Verhältnis 3 zu 1 und dem damit einhergehenden niedrigen Preis der einzelnen Aktie wäre die Bedeutung des Einzelhandels für den Index gesunken. Ja, das geht halt nicht, weil Einzelhandel eine bestimmte Bedeutung haben muss. Ich finde ja, dieser Index ist wirklich ein ganz seltsamer Dinosaurier. Deswegen nehmen wir ihn auch immer gar nicht so als Benchmark. Sehr willkürlich zusammengesetzt. Aber wie auch immer, die Amazon-Aktie profitierte von der Entscheidung oder von der Entwicklung gewandt knapp 1%. Die Titel von Wargreens verloren 2,5%. Es gibt auch wahnsinnig wenige Indexfonds auf den Dow Jones, weil er halt so komisch gebaut ist. Und es gibt mehr auf den S&P 500. Aber wenn du halt mal im Fernsehen guckst, da wird immer der Dow Jones genannt. Und deswegen ist es halt immer noch so ein öffentlichkeitswirksames Ding. Und deswegen ist es halt so gut für Amazon. Und die haben davon profitiert, dass sie mal einen Aktionsplit gemacht haben, weil sonst wären sie nämlich gar nicht reingekommen. Und apropos Amazon, der von Amazon unterstützte Elektroautohersteller Rivian, der setzt wegen einer stotternden Nachfrage und vorübergehenden Werkschließungen den Rotstift beim Personal. Und insgesamt sollen 10% der Jobs wegfallen. Und im laufenden Geschäftsherr will Rivian 57.000 Fahrzeuge produzieren. 57.000! Und naja, legt damit weit unter dem von der Listen erwarteten 81.700 Einheiten. Und im vergangenen Jahr liefen noch 57.232.000 Autos vom Band. Und der von Amazon unterstützte Autobauer verbucht bei jedem verkauften Fahrzeugen Verlust. Dann müssen sie doch eigentlich jetzt steigen, wenn sie weniger verkaufen. Na gut, aber taten sie nicht. Die Rivian-Aktie fiel nachbörslich um 16%. Aber was man daran sehr schön sehen kann, was eigentlich Tesla geschafft hat, ist ihre Elektroautos über Millionen zu rampen. Und es ist nicht so einfach, wie man immer denkt, du brauchst halt einen Motor rein und ein paar Räder dran. Naja, die waren halt First Mover. Die waren halt First Mover und hatten dann nicht so viel Konkurrenz. Weil dazu gesellte ich nämlich einen anderen Konkurrenten, nämlich Lucid. Die haben auch eine sehr enttäuschende Prognose gestern geliefert. Und die Aktien fielen dann auch nachbörslich um 7%. Und die haben ähnlich schlecht, also fast noch schlechtere Zahlen. Nämlich da liegt die Jahresproduktion ebenfalls weit unter den Erwartungen der Analysten. Lucid rechnet jetzt für dieses Jahr mit der Herstellung von 9.000 Fahrzeugen. Und die Analysten haben mit 22.500 gerechnet. Also ich meine, das ist doch Wahnsinn. Also diese Unternehmen können doch nicht mehr lange überleben. Also ich weiß nicht. Liebhaberstücke. Vielleicht, wenn du es zum Liebhaberpreis verkaufen kannst. Dann gab es noch eine pessimistische Prognose, der Ausblick von Palo Alto. Da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Doch am Mittwoch zeigten sich dann die Wahnfolgen an der Börse. Die Aktie des Cybersicherheitsspezialisten verlor 26%, so viel wie noch nie an einem Tag. Und die schwachen Aussichten, die sorgt natürlich auch bei anderen Titeln der Branche für drastische Kursverluste. Z-Scaler 14%, runter Sentinel-1 12%, Crowdstrike 10%, GitLab 4%. Und es gibt ja auch den Wisdom Tree Cyber Security ETF. Der verlor 5% für diversifizierten ETF. Ist das schon wahnsinnig viel. Und man muss wissen, dass Security Software hatte zu Wochenbeginn noch so einen Bewertungsaufschlag von 40%. Und vor einem Jahr waren das erst 10%. Und das war eben, weil alle dachten, naja, Security Software, das braucht man. Das hat höhere Margen, das ist stabiler. Aber jetzt stellt man halt fest, dass da auch die Konkurrenz zunehmt. Möglicherweise Microsoft auch noch im Bundle das anbietet. Und das hat halt dann die Stimmung so ein bisschen verdorben. Und auch Palo Alto Networks macht teilweise umsonst Abos. Wenn jemand irgendwie den Anbieter wechselt, sagen sie, na gut, damit du nicht zweimal zahlen musst. Und das ist halt auch ein toller Wettbewerb, aber eben schlecht für die Aktie. Noch schnell positive Nachrichten und zwar von zwei deutschen Unternehmen. SAP kündigte gestern Abend ganz spät an. Man will die Dividende für 2,23 anheben. Der Hauptversammlung werde eine Ausschüttung in Höhe von 2,20 Euro je Aktie vorgeschlagen. Für das vorangegangene Jahr hatte das Unternehmen noch 2,05 Euro ausgezahlt. Das dürfte der Aktie heute auch helfen. Und dann gibt es einen Prestigeauftrag für CTS Eventim. Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter soll zusammen mit einem Partner den Eintrittskartenverkauf für, hört, hört, die Olympischen Spiele 2,28 in Los Angeles organisieren. Und CTS selbst erwartet daraus einen niedrigen dreistelligen Millionenumsatz. Und die Aktie legte nachbörslich gestern nochmal um knapp 4 Prozent zu. Jetzt hat SAP eine Dividendeninität von 1,4 Prozent. Gar nicht so schlecht. Das ist jetzt so ein Wachstums- und Quality-Wachstumswert, würde man das wahrscheinlich nennen. Und würde auch bei Hendrik Leber ins Beuteschema passen. Ich mache schnell die Termine. Da gibt es relativ viele Zahlen nochmal. Und zwar spannende. Moderna, Intuit, Booking, Mercado Libre, Block, New Holdings. Und in Deutschland gibt es Mercedes und in Europa Danone, Nestle, Telefonica und Rolls-Royce. Scott Rubner von Goldman Sachs hat Nvidia die wichtigste Aktie auf dem Planeten genannt. Und zwar aus Sicht der Indexentwicklung und auch aus Sicht der Investorenstimmung. Und wenn man sich mal anschaut, was da heute nach wieder passiert ist, lässt sich sogar sagen, der Mann, der hat wohl recht. Denn Nvidia, wir haben es in den Märkten bereits anklingen lassen, hat erneut geliefert und sogar nach einem oben drauf gesetzt. Insofern können wir alle durchatmen und der wichtigsten Aktie der Welt nochmal das Thema des Tages widmen. Wir sind beide, ich konnte aufatmen. Ich war ganz entspannt, mein Freund. Ich nicht, ich habe keine Aktie verkauft. Du hast total rumgezittert die letzten Tage. Ja, ich habe sie nicht verkauft und dachte so, oh, und dann die Kinder saßen da und sagten, ja Papa, wenn es jetzt 7% gestiegen ist, da ist die PS5 dran. So ging das bei uns. Ja, so hat jeder seine Begegnung. Du warst auf jeden Fall, du hast gezittert, ich war entspannt. Ich habe gezittert. Ich kenne auch Menschen, die diesen Podcast hier gut kennen, die haben auch noch pünktlich verkauft. Aber jetzt gucken wir mal auf die Zahlen. Wir hatten euch ja gestern schon erklärt, was passieren muss, damit die Märkte nicht enttäuscht werden. Umsatz mehr als 22 Milliarden und gewinnen die Aktie von mehr als 5 Dollar und genau so ist es gekommen. Sogar noch ein bisschen besser. Oder wie drückt es Ryan Detrick von der Carsten Group aus oder hat er gestern geschrieben? Wenige Dinge, also Zitat, wenige Dinge sind so sicher wie der Tod Steuern und Invidias Gewinnüberschreitung. Und auch der Mann hat weg. Steuern? Steuern sind auch sicher. Also der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal auf 22,1 Milliarden Dollar. Fast eine Vervierfachung zum Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,16 Dollar. 10 Cent, eine Verneunfachung. Und vor allem das Geschäft mit Datenzentren boomte. Es verfünffachte sich im Jahresvergleich auf 18,4 Milliarden Dollar. Im Bereich Gaming-Grafikkarten erwirtschaftet Nvidia knapp 3 Milliarden Dollar. Und damit wisst ihr jetzt auch, wo dieser ganze Hype herkommt. Es ist nicht die Grafikkarte, mit der sie mal groß geworden sind, sondern es ist halt das andere Geschäft. Und auch das andere Geschäft, da bleiben sie optimistisch für das laufende Quartalrechnen Nvidia nämlich mit 24 Milliarden Dollar. Und Analysten hatten bislang lediglich 22 in ihren Schätzungen. Was aber noch besser ankam, das Wachstum soll anhalten, noch über das Quartal hinaus. KI habe den Tipping-Point überschritten. Die Nachfrage liege weiter weit über dem, was man liefern könne. Und diese Engpasswerte wohl auch nach 2025 anhalten. Und dann hat Jensen Huang noch gesagt, die epochale Umstellung von Rechenzentren mit Chips, die für das Training leistungsfähiger KI-Modelle benötigt werden, befindet sich noch in der Anfangsphase. Und er prognostiziert, dass etwa 2 Billionen Dollar nötig sein werden, um alle Gebäude und Computer für die Verwendung von Chips wie den von Nvidia auszurüsten. Und da kann man sich vorstellen, was da noch drin ist. Hans Mosesmann, der ist Analyst bei Rosenblatt Securities, der erklärt das Phänomen Nvidia ganz gut. Ich zitiere mal, Trotz Bedenken wegen der hohen Bewertung ist Nvidia mit seinem unvergleichlichen geistigen Eigentum im Bereich der künstlichen Intelligenz, das auf jahrzehntelangen visionären Investitionen beruht, eine Klasse für sich. Also das erklärt das einigermaßen, das Phänomen so richtig nachvollziehen kann es ja eigentlich keiner. Nvidia war in diesem Jahr für ein Drittel des Anstiegs im Nasdaq 100 verantwortlich. Und an der Wall Street heißt es inzwischen, das ist so ein geflügeltes Wort, wie Nvidia, so der Markt. Und diesem Credo folgend gewannen natürlich auch all die anderen klassischen KI-Werte gestern nachbörsig noch deutlich dazu. Palantir plus 4,2 Prozent, Supermicrocomputer plus 5 Arm plus 5, C3 AI auch nochmal plus 4,7 Prozent. Deswegen auch wichtigste Aktie auf dem Planeten. Und wo so viel Euphorie ist, schwingt natürlich auch immer eine gewisse Skepsis mit. Und gerade wir Deutschen sind ja besonders skeptisch da. Und wir haben ja auch schon 2000 erlebt. Und die Frage ist, wie lange soll und kann das jetzt noch so weitergehen? Und dazu kursiert an der Wall Street ein ziemlich unheimlicher Vergleich. Die Kursentwicklung von Nvidia seit 1. Januar 2020, die ähnelt nämlich beängstigend stark jener Veränderung, die die Aktie von Tech-Consent Cisco zwischen 1996 und Anfang 2020 hinlegte. Der Wert beider Papiere konnte es in dieser Zeit mehr als verzehnfachen. Doch was bei Cisco auf den damaligen Hype folgte, das war das Platzen der Dotcom-Blase. Und der überhitzte Markt für Technologieunternehmen brach zusammen. Die Cisco-Aktie verlor innerhalb weniger Monate fast vier Fünftel an Wert. Obwohl das Tech-Unternehmen, also Cisco, nach wie vor existiert, hat sich die Firma den Ruf erworben, ein wahres Beispiel für den Boom und den Crash zur Jahrtausendwende zu sein. Allerdings verweisen Analysten auf einen entscheidenden Unterschied zwischen dem heutigen Nvidia und dem damaligen Cisco. Kim Forrest, der ist der Gründer von Bokei Capital Partners, der sagt, Zitat, Nvidia ist heute wahrscheinlich profitabler als Cisco zu jenem Zeitpunkt. Und ja, Cisco verzeichnete zwischen 1996 und 2000 eine durchschnittliche Nettomarge von 17 Prozent, verglichen mit einem Fünfjahresdurchschnitt bei Nvidia von fast 28 Prozent sogar. Du musst mal jetzt die Marge sehen. Wenn du die Brottomarge siehst, ist sie bei 77. Und wenn du die Nettomarge anguckst, die suchen wir hier mal schnell raus. Aber das war halt der Fünfjahres-Schnitt. Ja, der Fünfjahres-Schnitt, aber wann sind diese Rechenzentren explodiert? Das ist ja nicht ein Fünfjahres-Schnitt. Ja, bei Cisco war es aber im Zweifel ähnlich, dass es dann sozusagen nach hinten aus höher wurde. Die Nettomarge ist bei 50 Prozent. Okay, das ist ein kleiner Unterschied. Und insofern, glaube ich, ist der Vergleich nicht ganz machbar. Aber apropos Marge, was würdest du sagen, wo liegt das KGV von Nvidia jetzt? Also wenn man jetzt das mit den Gewinnschätzungen, also nicht das jetzt mit dem Abgelaufenen, wir haben ja das Jahr jetzt zu Ende, sondern jetzt zwölf Monate vor. Für 2024 oder was? Genau, wenn wir jetzt die nächsten zwölf Monate liegen. Das war ja irgendwie zwischendurch bei 80, 90, weiß ich nicht, 70, 60 hat es wahrscheinlich immer noch, oder? Das liegt bei knapp über 30, 33, das ist wirklich, das ist wirklich, ja. Also wenn man, wenn man das, weil die halt so wahnsinnig profitabel sind. Und das einzige Risiko ist natürlich, wenn die Konkurrenz kommt, kannst du natürlich eine Bruttomarge für einen normalen Chip herstellen, eine Bruttomarge von 78 Prozent oder 77, das ist halt Wahnsinn. Und das kann natürlich wegkommen. Ja, aber noch deutet nichts darauf hin, noch deutet nichts darauf hin. Ganz genau. Und wenn halt der Rosenblattmann, der hat ja irgendwie als Kurs 1100, wenn der Rechte hat und die wirklich so ein Intellectual Property haben und die Marge anheben können, dann wachsen sie halt in diese Bewertung rein. Und insofern ist es gar nicht so überbewertet. Und ich würde, ja, diese Zahlen, mich haben die ja weggepustet. Ich dachte so, wow, was da geht. Und ich würde denken, da ist noch drei Billionen, könnte die noch groß werden. Werdest du dagegen? Die hat jetzt ungefähr, die hat jetzt ja 8 Prozent nachbörsig noch zugelegt, ist jetzt bei 727, damit sie ungefähr 1,7 Billionen währt. 1,7 Billionen? Nee, das ist eine Jahrhundertaktie, Holger, das haben wir schnell gesagt, das haben wir früh gesagt, da werde ich jetzt nicht gegen die 3 Billionen wetten. Musste dir jemand anders suchen. Die AAA-Idee des Tages. Die Aktie von Adobe hat in den vergangenen drei Tagen rund 11 Prozent verloren. Und ja, Grund ist die jüngste KI-Sensation mit dem Namen Sora. Die Firma OpenAI, das ist ja die, die hinter dem Chatbot ChatGPT steckt, hat in der vergangenen Woche ja einen Filmgenerator vorgestellt. Und Sora kann aus Text fotorealistische Clips generieren, die einen wirklich staunen lassen. Also kann man sich bei YouTube anschauen. Aber eben auch diese Clips, die ängstigen die Anleger von Adobe. Ja, und Adobe, denn Adobe gilt mit seiner Kreativcloud, zu der die Bildbearbeitung Photoshop, das Designprogramm InDesign oder die professionelle Videoschnittsoftware Premiere Pro. Also das alles gehört ja zu Adobe. Das ist halt alles das, was Sora halt auch kann. Und die Begründung oder die Befürchtung ist groß, dass Adobe vielleicht doch kein Gewinner der künstlichen Intelligenz sein könnte. Und die aufkommenden Text zu Bild und Text zu Videotechnologien Adobe verdrängen. Und wir wollen euch heute in unserer AAA-Idee Firmen vorstellen, der ein Geschäftsmodell möglicherweise von der KI disruptiert wird. Bleiben wir erstmal bei Adobe. Da glaubt zumindest Goldman Sachs nicht daran, dass Adobe durch die KI verschwindet. Die Analysten vergleichen die Markteinführung von Sora mit Apples Ankündigung im Jahr 2010, Adobe Flash von den Produkten zu verbannen. Und das hat damals die Aktie auch nach unten geschickt. Aber naja, nach einer kurzen Schwächephase ging das relativ schnell dann wieder auch nach oben. Und auch im ersten Halbjahr 2023 galt ja Adobe erstmal als KI-Verlierer. Und später stellt sich dann raus, dass Adobe sogar Profiteur ist. Und der Goldman Sachs-Analyst Cash Rangan schreibt, schreibt Adobe nicht ab und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Und mit einem Kursziel von 640 Dollar und aktuell notiert sie bei 530. Entsprechend findet sich Adobe auch nicht auf der KI-Disruptionsliste von Goldman, die den Namen AI at Risk trägt. Und der AI at Risk Basket besteht aus 32 Aktien, die eine Gemeinsamkeit haben. Sie könnten durch die Entwicklung neuer Technologien im Bereich KI unter die Räder kommen. Im Index befinden sich die Lernplattformen wie Check oder Qsera oder Jext. Reiseportale wie Booking, Expedia und TripAdvisor oder Arbeitsvermittlungsplattformen wie Fiverr, Manpower Group oder Robert Half. Aber auch die Kommunikationsplattformen, Werbeagenturen und Webseitenhersteller wie Vimeo, Yelp, RingCentral, Squarespace, Omnicom und Interpublic. All die führt Goldman auf seiner KI-Risikoliste. Und wenn man weiter auf die Liste schaut, dann findet sich da auch der Anbieter von Wirtschaftsinformationen und Risikomanagement Dan und Bradstreet wieder. Aber auch Datenverarbeiter ADP, die machen ja immer die Steuerdaten. Der Steuerdienstleister H&R Block, der Cloud-Speicheranbieter Dropbox oder auch die börsennotierten Beratungsunternehmen Accenture oder DXC. Und selbst IBM gilt bei Goldman Sachs nicht sicher vor der KI-Disruption. Oder auch die Anbieter von Kunden- bzw. Personaldienstleistern, Software, Freshworks, LivePerson und Paychecks. Und schlechte Nachricht auch für dich, UiPath. Die nennen sich ja selbst immer KI-Company, aber die wollen ja mit ihrer Software die Digitalisierung von Verwaltung voranbringen und Sachen auch beschleunigen. Aber die sind eben auch auf der Goldman-Liste der Anbieter, die möglicherweise disruptiert werden. Da finden sich dann auch noch Business-Prozess-Lösungen wie die Projektmanagement-Firmen GenPact, Taskus oder Smartsheet. Noch nie gehört, aber gut. Ihr seht, es handelt sich überwiegend um Unternehmen, die Software für Firmen anbieten, um Projekte, das Personal oder die Steuer- und Lohnabrechnung zu managen, Arbeitskräfte zu rekrutieren oder Kommunikation innerhalb der Firmen oder mit den Kunden zu vereinfachen. Also Dienstleistungen, die eine KI womöglich erledigen kann. Microsoft könnte sie etwa im Bundle mit ihren Cloud-Dienstleistungen anbieten. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Firma auf der Goldman-Liste untergehen muss, wie zum Beispiel UiPath. Aber ihr solltet schon kritisch sein, wenn ihr eine der genannten Aktien im Portfolio habt, wie ich, UiPath. Auch die Performance des AI-at-Risk-Index ist ein gewisses Minitikel. Seit Einführung von JetGBT hat der KI-Disruptionsindex 3% zugelegt und der Nasdaq 100 45%. Das ist ein sehr guter Punkt noch da am Ende. Ah, vielleicht haben die auch schon die Verluste jetzt schon vorweggenommen und sind deswegen schon unten. Ich weiß es nicht. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine mit ein AAA, also aaatwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Max und Manuel haben geschrieben und ihre Bedenkungen wegen der hohen Konzentration weniger Titel im Index geschildert. Ja, ja, Nvidia, die wichtigste Aktie auf dem Planeten. Wir hatten es ja eben schon. Und da gibt es ja noch ein paar mehr, die die ganze Performance ausmacht. Und deswegen fragen sie, was haltet ihr von einem ETF auf den Nasdaq 100 Equal Rate? Gibt es beispielsweise von Invesco? Und naja, wenn ein Equal Rate Index da ist, dann kann ich natürlich klar sein, alle Titel des Index gleichgewichtet, egal wie groß sie sind. Also theoretisch beim Nasdaq 100 wären das 1%. Weil der aber nur quartalsweise neu gewichtet wird, hatten wir ja auch da 1,37%. Meta hat 1,36% und CrowdStrike, die ja auch gut gelaufen sind, die haben ein Gewicht von 1,2%. Natürlich hat der ETF seit Auflage im vergangenen Juli 4% Punkte underperformed, weil die großen Werte eben besser gelaufen sind. Ja, wenn ihr aber weniger Hype und weniger Momentum möchtet, dann seid ihr natürlich mit einem Equal Rate gut aufgehoben. Aber ihr beschneidet halt immer wieder die Performance, wenn eine Aktie Momentum hat. Und wenn ihr kein Freund von Momentum seid, seid ihr damit durchaus gut aufgehoben. Ja, also man kann das so ein bisschen sagen, das ist so eine Art Reversion to the Meme. Man nimmt immer an, dass die Aktien sich irgendwann wieder ihrem Durchschnitt hin entwickeln. Aber in der derzeitigen Lage, wo alle Momentum lieben, gibt es halt keinen Durchschnitt. Und wenn ihr auch keinen Durchschnitt bekommen wollt, dann müsst ihr natürlich hier dabei bleiben bei Alles auf Aktien. Und damit ihr das tut, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freund. Bis morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.